moin hier ist schon wieder euer tire glider experte aus halstenbeak ja ich habe jetzt mal ein rennrad reifen 23 breite und schaut selbst so hier ist wieder das sauber tool der tire glider im moment noch bei uns im shop für 14 90 aber ab april 1990 also jetzt zugreifen pass auf erstmal natürlich ein bisschen luft raus tire glider hier ansetzen über 10 super griff einmal zack einmal reifen runter habe gesehen wie einfach das ist jetzt mache ich gleich wieder rauf weil ich den nämlich schon rebelliert habe an diese seite jetzt hier wird über die felge geklingt und einfach das gleiche spiel noch mal andersrum hier am ende ist natürlich ein bisschen anstrengender zack und fertig drauf einfacher geht es nicht schaut euch an 14 90 also das tool müsst ihr haben das gehört in jede werkzeugkiste wenn ihr fahrrad fahrt gehört das auch in jede satteltasche ohne das geht nichts mehr das ist der tipp